Nächstes Jahr sind in Koblenz Kommunalwahlen und wir von den Koblenzer Grünen haben gerade angefangen unser Kommunalwahlprogramm zu schreiben. Und das Schöne ist, du kannst dabei mitschreiben. Wir treffen uns in Thementeams zu den verschiedensten Themen, die in Koblenz eine Rolle spielen, wie Radverkehr, ÖPNV, Wohnbau, Kultur oder vieles mehr. Da kann jede und jeder mit eigenen Ideen sich einbringen und am Schluss wird ein Wahlprogramm verabschiedet werden, das wir basisdemokratisch gemeinsam geschrieben haben und mit dem wir Grüne dann in die Kommunalwahl gehen.